Mein Herz, mein Herz, mein Herz hängt an der Leine. Ihr hört Radio Leine Herz 106.5. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Nachmittag. Hier ist die Sendung Fieberkurve auf Radio Leine Herz 106.5. Chefärztin im Gespräch, das heißt heute, dass ich, Einhard Brunkhorst, Professor Brunkhorst aus dem Siloer und Nordstadt, mich unterhalte mit der Chefärztin Frau Dr. Schnittger aus Langenhagen, aus dem Klinikum Langenhagen. Und wir möchten uns heute unterhalten über das Thema Geriatrie, Akutgeriatrie, ganz exakt gesagt. Hallo Cornelia, herzlich willkommen. Hallo Reinhard. Gut, dann Musik und dann lädt's los. Radio Leine Herz 106.5. Mein Name ist Dr. Brunkhorst aus dem Siloer und dem Nordstadt. Und wir sprechen heute, oder ich spreche heute mit Dr. Schnittger, Dr. Cornelia Schnittger aus Langenhagen, aus der Geriatrie dort. Und es geht eben um Geriatrie. Das ist ja ein doch zunehmend häufig benutzter Begriff, Geriatrie und geriatrisch. Und was ist eigentlich damit gemeint? Was heißt Geriatrie im medizinischen Feld? Im medizinischen Feld ist es die Lehre von den Erkrankungen im höheren Lebensalter. Und zwar im Prinzip im dritten Lebensabschnitt, wenn man Lebensalter teilt in Jugend, Erwerbsleben und später Rente. Und ist schon im Prinzip als Begriff geprägt worden im Anfang des 19. Jahrhunderts. Den Begriff gibt es also eigentlich schon sehr lange. Aber sind das denn spezielle Erkrankungen? Sind alle Erkrankungen im höheren Lebensalter. Und das Spezialwissen um die physiologischen, das heißt die normalen Veränderungen des Körpers im Alter. Wobei im heutigen engeren Sinne nicht alle alten Menschen geriatrisch sind, sondern die Patienten, die eine Vielzahl von Erkrankungen haben. Und diese Erkrankungen dann wiederum zu Fähigkeitsstörungen führen. Okay, also man muss zwei, drei Erkrankungen haben und alt sein. Alt, da bin ich ganz empfindlich. Alter ist dann Rente tatsächlich, 65? Nee, es muss schon drüber sein. Seitdem prinzipiell entscheidet eigentlich aus medizinischer Sicht ganz klar das biologische Alter. Und es gibt Menschen, die sind mit 80 topfit und haben gar keine Krankheit. Und das sind auch keine geriatrischen Patienten. Und es gibt Menschen, die sind mit 58 so vorgealtert, dass sie eigentlich zu uns gehörten. Rein rechtlich gesehen geht das aber nicht. Es gibt jetzt per Gesetzgeber seit dem letzten Jahr eine Grenze. Das heißt, das Alter muss über 65 liegen. Das ist aber nicht medizinisch begründet, sondern rein juristisch. Okay, vielen Dank. Das war jetzt erstmal die Definition. So ganz, ich glaube, ich werde nochmal nachfragen, wo wirklich die Altersgrenze liegt. Bis gleich nach der nächsten hoffentlich interessanten, guten, spannenden, schönen Musik. Radio Leineherz, 106.5. Hier schlägt das Herz der Region Hannover. Radio Leineherz, 106.5. Ich spreche heute mit Dr. Schnittger aus Langenhagen zum Thema Geriatrie. Dieses Thema Alter und geriatrische Erkrankungen fasziniert mich wirklich sehr, weil du hast eben gesagt, es gibt keine speziellen Erkrankungen, die ein junger Mensch nicht haben kann, sondern es ist die Zahl der Erkrankungen das eine, was die Geriatrie definiert. Und was ich immer so schwierig finde, wo fängt denn eigentlich das Alter an den Organen an und wo ist es eine Krankheit? Weißt du, heutzutage muss man ja allem und jedem Erscheinungsbild, Symptom, wie wir sagen, eine Diagnose aufdrücken. Ist das für dich auch manchmal ein Problem? Es ist ein Problem, weil wir viel schreiben müssen und unsere Patienten unter diesen Bedingungen eben sogenannte sehr viele Diagnosen haben. Aber das ist für den Geriater im Alltag nicht relevant. Wir sind, man kann eigentlich sagen, so eine Art Hausärzte für alte Menschen. Wir behandeln alle Krankheiten im Alter, sind spezialisiert auf diese Besonderheiten, um sie in der Therapie zu berücksichtigen und kümmern uns darum, dass die Funktion, die Lebensqualität sich verbessert. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich völlig unsinnig, irgendwelchen Labordiagnosen, die man verschlüsseln kann, hinterher zu jagen, die aber dem Patienten keinerlei Störungen verursachen. Es ist viel interessanter, sich um geriatrische Syndrome zu kümmern. Das sind Fähigkeitsstörungen, wie zum Beispiel eine Gangstörung, die aber ganz viele verschiedene Ursachen hat und bei der wir vielleicht nicht jede Ursache beseitigen können, aber im Gesamtkontext durch Milderung einzelner Symptome dann das Gesamtbild, nämlich die Gangstörung oder die Sturzgefahr, die daraus resultiert, verbessern. Nun, das ist ja wirklich groß in Mode gekommen, Geriatrie. Und deshalb in Mode gekommen, weil die Krankenkassen relativ viel bezahlen, weil sie das Problem des Alters erkannt haben, dass es nämlich viele kranke, ältere Menschen gibt. Könnten denn das wirklich alle Ärzte die Geriatrie machen, die das ganze Spektrum der internistischen Erkrankungen abdecken? Das geht also ja dann Kardiologie, Gastroenterologie, Nerfologie. Alles soll der Geriater können. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Also definitiv kann das keiner. Davon bin ich überzeugt. Viele Geriater zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Tat eine breite Ausbildung, mehrere Fachärzte haben, um dem persönlich entgegenzukommen. Aber das ist gar nicht die Intention. Geriater arbeiten mit einem Team. Und dazu gehört auch, dass sie mit den Fachspezialitäten, die sie zusätzlich brauchen, das heißt den Konsil, den Ärzten, die hochspezialisiert sind, ebenfalls auch arbeiten und sie hinzuziehen. Und das weißt du, wir arbeiten ganz eng mit den Nephrologen zusammen und ziehen euch bei jeder Gelegenheit zurate. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass man die Spezialkenntnisse dann im Einzelfall dazuziehen muss. Gut, das war jetzt erstmal sehr viel vor der Pause, vor den Nachrichten. Bis gleich. Mein Herz, mein Herz, mein Herz hängt an der Leine. Ihr hört Radio Leine Herz 106.5. Radio Leine Herz 106.5, nach den Nachrichten um halb sechs. Hier ist die Sendung Fieberkurve, Chefärzte im Gespräch. Heute unterhalte ich mich, und mein Name ist Reinhard Brunkos, ich bin Chefarzt im SELOA und im Nordstadtklinikum für innere Medizin und Nierenkrankheiten, Nephrologie. Und ich spreche eben mit meiner lieben Kollegin Dr. Cornelia Schnittger aus Langenhagen, die unter anderem auch Geriaterin ist, aber eben auch Internistin. Radio Leine Herz 106.5, hier ist die Sendung Fieberkurve, Chefärzte im Gespräch. Und mein Name ist Reinhard Brunkos, ich bin Chefarzt im SELOA und im Nordstadtklinikum für innere Medizin und Nierenkrankheiten, Nephrologie. Und ich spreche eben mit meiner lieben Kollegin Dr. Cornelia Schnittger aus Langenhagen, die unter anderem auch Geriaterin ist, aber eben auch Internistin. Und wir haben eben versucht, das Gebiet der Geriatrie zu definieren. Und ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen. Jetzt geht es natürlich darum, auch dann besondere Angebote zu machen, diesen Patienten. Vielleicht kannst du dir einmal so aufzählen, skizzieren, welche Dinge das sind. Zum einen, um die Fähigkeitsstörungen und die Teilhabe besser zu klassifizieren, arbeiten wir mit einem Assessment. Das sind Werkzeuge, die uns helfen, bestimmte Störungen näher zu beleuchten und dann die Therapie abzustimmen. Und wir arbeiten anders als im Akutkrankenhaus nicht mit einer Versorgungspflege, sondern mit aktivierender Pflege. Das heißt, Hilfe zur Selbsthilfe, Motivation des Patienten, viel selbst zu machen. Und setzen alle Therapeutengruppen ein, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, physikalische Therapie, Psychologen. Und arbeiten dann grundsätzlich bei mir in der Klinik multimodal. Das heißt, die Patienten bekommen mindestens zwei Einzeltherapien, a 30 Minuten am Tag. Und zusätzlich medizinisches Gerätetraining oder Gruppentherapien, je nach Themen, anders ausgedrückt, nach Störungen, die sie haben. Ein Patient mit erhöhter Sturzgefahr macht die Sturzprophylaxe. Ein Patient mit Lähmung der Hand ist in der Handmotorikgruppe. Das ist eine ganze Menge jetzt. Wie viele Stunden pro Tag, ich glaube, die Patienten liegen so im Mittel 14 Tage. Ja. Wie viele Stunden pro Tag sind die denn beschäftigt mit all diesen Anwendungen, Angeboten, sage ich einmal, die ihr dort bietet? Minimum, wenn sie nur gering belastbar sind, eine Stunde am Tag. Absolutes Minimum, Maximum in der Regel, weil die Patienten auch nicht mehr schaffen, drei Stunden am Tag. Mit Pausen selbstverständlich, nicht im Stück. Im Mittel 1,5 Stunden? Nee, im Mittel eher mehr. Überall, in allen Geriatrien? Nö, in meiner. Okay, das ist gut. Mehr sollst du auch nicht sagen, das stimmt. Also in langen Hang, das ist eine Menge, anderthalb Stunden intensiv, denn das ist ja sehr personalintensiv. Ja, aber immer in der Kombination Gruppen- und Einzeltherapie. Das sind nicht fünf Stunden Einzeltherapie. Das können wir auch nicht leisten. Nee, das ist klar. Das ist klar. Okay, und wie ist am Wochenende? Wir haben sonntags grundsätzlich Therapiepause, damit die Patienten nicht ins Übertraining kommen. Und samstags vormittags kommen Therapeuten ins Haus für medizinisches Gerätetraining. Und bei den Schwerbettlägerigen, die das nicht können, für eine Einzeltherapie. Okay, also sehr viel intensiver als das, was wir im Akutkrankenhaus eigentlich bieten können. Gleich nach der Musik werden wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was da die Angebote sind und die besonderen Herausforderungen natürlich auch. Bis gleich nach der Musik im Gespräch, zum Gespräch, zum Thema Geriatrie. Bis gleich. Ihr hört Radio Leineherz 106.5. Hier ist wieder Radio Leineherz 106.5. Thema der Sendung Fieberkurve heute Akutgeriatrie. Und die Chefärztin aus dem Klinikum Langenhagen, Chefärztin der Geriatrie dort, Frau Dr. Cornelia Schnittger ist bei uns. Wir haben eine ganze Menge schon herausgearbeitet, definiert, was geriatrische Erkrankungen eigentlich ausmachen. auch den besonderen Hinweis darauf geliefert, dass es eben mehr Zuwendung, Anwendung, Training, all das ist, als das im Akutkrankenhaus geliefert werden kann. Sind denn insgesamt dann also die Personalaufwendungen deutlich höher als in einem Akutkrankenhaus? Ja, im Bereich der Therapeuten und des Pflegedienstes benötigt man einen höheren Pflegeschlüssel, eindeutig. Und im Rahmen von Vorgaben, unsere Klinik hat ja auch das Qualitätssiegelgeriatrie, werden auch Personalschlüssel überprüft von extern. Okay, das ist hoffentlich überall so. Es wird extern überprüft. Da kommen dann, wer kommt dann, die Kassen oder wer? Wenn man sich Zertifizierungsmaßnahmen unterzieht, dann externe Zertifizierungsgesellschaften. Im Bereich der Akutgeriatrie ist man nicht verpflichtet. Wir haben das freiwillig gemacht, das zu tun. Aber es finden Prüfungen statt vom medizinischen Dienst der Krankenkassen hinsichtlich der Mindestmerkmale. Man kann nicht einfach abrechnen, ohne Leistungen dafür zu erbringen. Und das wird überprüft. Ich frage nur so nach, weil ja über dem Krankenhausbereich, in allen Krankenhäusern extrem am Personal gespannt, wird und letztlich glaube ich... Aber es gibt für den Bereich der Akutgeriatrie in jedem Krankenhaus keine gesetzlich vorgeschriebene Personalmenge im Pflegeschlüssel. Das muss man ganz klar sagen. Umgekehrt, wenn man zu wenig Pflegepersonal hat, dann ist aktivierende Pflege, die viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, schlicht nicht möglich. Ja, ich glaube, das ist nämlich, das ist wirklich das Problem. Die Krankenhausdirektoren, Verwaltungen müssen akzeptieren, dass das dann extrem personalaufwendig und teuer ist, wenn eine Geriatrie gut gemacht sein soll. Okay, gleich nach der Musik möchte ich noch mal zu dem Thema Verwirrtheit kommen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn ich sehe immer wieder, wie wenig, gerade ältere Menschen mit unserem Akutkrankenhaus zurechtkommen mit dem System, was da herrscht. Bis gleich nach der Musik. Radio Leineherz 106.5 Ohne Werbung durch die Region Hannover. Radio Leineherz 106.5 Heute in der Sendung Fieberkurve das Thema Akutgeriatrie. Ich spreche mit der Chefherztin aus Langenhagen, Frau Dr. Cornelia Schnittger, über dieses Thema. Und wir haben eine Menge besprochen. Jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen genauer wissen, wie ihr mit einem Problem umgeht, was bei mir in den Akutkrankenhäusern immer wieder auftritt, dass alte Menschen einfach, kaum sind sie im Krankenhaus, selbst wenn die körperliche Erkrankung gut zu behandeln ist, ein Infekt, eine Lungenentzündung, ein Harnwiesinfekt, dann aber schlechter werden. Sie sind verwirrt, sie kommen nicht mehr zurecht, die Angehörigen sind verzweifelt, weil sie nicht mehr erkannt werden und so weiter. Was ist das für ein Phänomen? Und wie geht ihr damit um? Eines der schwierigsten überhaupt. Das Ganze nennt sich Delir. Es gibt aber eine Vielzahl von Worten, die immer noch auch durch die Arztbriefe geistern und die Angehörige bestimmt schon gehört haben. Durchgangssyndrom, Verwirrtheit, Hops, alle Varianten, aber korrekt nennt man das Delir. Delirien können ganz akut auftreten, viele Gründe haben. Wir haben in unserer Klinik Behandlungsstandards. Wir haben natürlich durch die Möglichkeiten der Angebote vor Ort durchaus auch im Gegensatz zu anderen Akutkrankenhäusern Vorteile. Entscheidend ist aber, dass man daran denkt, es frühzeitig erkennt, dass man Angehörige auch aufklärt. Manchmal muss man auch Phasen aushalten. Man muss wissen, was auf einen zukommen kann, wie man als Angehöriger unterstützen kann. Wir benutzen zum Beispiel als Hilfsmittel die sogenannte Delir-Akutbox. Da können uns die Angehörigen helfen, indem sie sagen, welche Hobbys der Patient mal hatte. Damit wird die Box bestückt, um Patienten, die nesteln, die sich Infusionen rausziehen, davon abzuhalten als Beispiel. Dann natürlich eine ruhige Umgebung, Orientierungshilfen. Unsere Stationen sind rund gebaut, sodass Patienten mit Bewegungsdrang nicht so schnell abbiegen und die Station verlassen und weglaufen aus Orientierungsstörungen. Ganz, ganz wichtig ist Geduld. Und helfend ist ein Sportprogramm, das in der Tat auch ablenkt und den Tag strukturiert. Ja, ich habe das Gefühl, dass die modernen Krankenhäuser, die ja auf eine besondere Effizienz der Abläufe auch ausgelegt sind, mit Verschieben der Patienten und Wartezeiten vor diagnostischen Eingriffen und die Patienten wissen gar nicht mehr, wo sie sind, auch ein Problem ist. Also, dass alles in einem übersichtlicheren Bereich, möglichst vielleicht sogar die Untersuchung auf dem Zimmer machen, statt in irgendeiner Diagnostikeinheit, da Vorteile hat. Ja, und man kann sicherlich, man muss ganz klar sagen, für diese Patienten sind die Krankenhäuser nicht so gut, weil im Krankenhaus muss sich der Patient an das Krankenhaus anpassen. Diese Patienten können das krankheitsbedingt nicht, deshalb ist es immer problematisch. Aber es gibt zum Beispiel so Begriffe wie die sogenannte Delir-Nurse, Krankenschwestern, die den Patienten im Sinne einer Bereichspflege begleiten, auch zu Untersuchungen und Sicherheit schaffen. Und das ist auch in Studien gut untersucht, gerade auch, um bei frisch operierten Patienten, wo ein Delir häufig Passagär auftritt, tätig zu werden. Ja, also auch hier wieder ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir ausreichend Personal haben. Ja. Das scheint mir ganz im Vordergrund zu stehen. Ich habe immer noch so ein vielleicht das bisschen Althergebrachte, die Althergebrachte Ansicht zu sagen, wenn jemand eine Infektion hat, eine schwere Infektion hat, mit hohem Fieber, Sepsis, wie wir sagen, dass er dann durchaus erst in die akute innere Medizin kommen kann und sich dann möglichst schnell aber in solche Einrichtungen begeben sollte oder überwiesen werden sollte, wie ihr sie anbietet. Cornelia, ich glaube, die Geriatrie ist ein Zukunftsfach. Das wissen wir alle. Das glaube ich nicht nur so, das weiß ich, weil wir eben alle länger leben und damit der Anteil der älteren Menschen größer wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das weiterentwickelt wird, was ihr da macht, was du da machst. Wobei Schwerpunkt, glaube ich, es muss allen klar sein, das kostet was, es braucht viel Personal. Man muss das ganz klar und kritisch sagen. Nur abrechnen, Geld verdienen, deshalb ist es in die Köpfe von Leitungen gekommen, ist nicht Sinn der Sache, sondern man muss auch investieren, deshalb wird mehr bezahlt. Und dafür kämpfen wir. Vielen Dank, Cornelia. Wir sehen uns ja nochmal in einer der nächsten Sendungen. Bis dann und gute Fahrt nach Langenhagen. Danke.